Musik Ich heiße Ella und mache meine Lehre als Betriebslogistik-Kaufrau bei der Minervisie. Ich bin bei der angewandten Elektroniker. Jeder Beruf ist für seine eigene Art extrem interessant und spannend. Das muss man in meinem Hinterkopf behalten. Und niemals aufgehen. 2, 1 Jetzt wollte Männer zum Punkt schon immer im Labor stehen. Die Stimmung ist voll und natürlich bin ich da, wenn der Peters seine Berufslaufbahn startet. 1, 2, 1 1, 2, 1 Das war's vom Lehrlingstag. Der Wiener Stadtwerke Gruppe, es war so mega, die Stimmung war der Hammer und ihr habt richtig Lust gekriegt auf eine Lehre. Und falls ihr auch Lust auf eine Lehre habt, dann geht's auf wienerstadtwerke.at slash Lehre und bewerbt euch. Und ich geh zur Fotobox und ich's noch was. Ciao!